In diesem Video zeige ich dir, wie du Stimmung bzw. Atmosphäre in deinem Drehbuch erzeugst. Der nächst kleinere Schritt von einer Synopsis ist das Exposé. Und der wichtigste Unterschied zur Synopsis ist, dass das Exposé wesentlich lebendiger ist. Das wird durch zwei Elemente erzeugt. Die Atmosphäre und eine stärkere Charakterisierung der Figuren. Und in diesem Video zeige ich dir, wie du Atmosphäre aufbaust. In dem nächsten Video geht es dann um die Charakterisierung von Figuren. Also kannst du dich schon mal darauf freuen. Aber bleiben wir erstmal bei der Atmosphäre. In deiner Synopsis hast du bereits eine spannende Grundstruktur geschaffen. Und jetzt wollen wir diese Ereignisse nur noch emotional aufladen. Das Wichtigste bei einer Atmosphäre ist, dass sie eine sehr subjektive Wahrnehmung ist. Also von einem Betrachter abhängig. Schreibe daher nicht einfach nur, wie etwas ist, sondern wie es aus der Sicht des Protagonisten aussieht. Und mit dem Protagonisten zusammen entdeckt dann der Zuschauer bzw. der Leser dann die Stimmung. Und die beiden Sinne, die du hauptsächlich ansprechen möchtest, ist das, was der Protagonist sehen kann. Und das, was er hören kann. Ist irgendwo auch logisch, weil Drehbücher sind ja schließlich für Filme gemacht, die ein audiovisuelles Medium sind. Daher logisch. Nur wenn es wirklich wichtig für die Geschichte ist, solltest du noch andere Sinne ansprechen. Als Atmosphäre wird die Stimmung beschrieben, die einen Ort oder eine Situation auf eine Person ausübt. Sie ruft also eine Veränderung in der Figur hervor, die ansonsten nicht zustande gekommen wäre. Eine Atmosphäre wird dabei aus mehreren Elementen erzeugt. Also einer Kombination mehrerer Eindrücke, die erst miteinander ihre Wirkung entfalten. Und diese einzelnen Elemente sind, wie eben bereits beschrieben, unterschiedliche Sinneseindrücke. Verbinde daher unbedingt die Sinneseindrücke in deiner Beschreibung miteinander. Am einfachsten machst du das, indem du dir vorstellst, wie du selber den Ort das allererste Mal wahrnehmen würdest. Als erstes würdest du dich vermutlich umschauen und versuchen herauszufinden, ob du irgendwelche signifikanten Details erkennen kannst, die dir dabei helfen, den Raum irgendwie einzuordnen. Erst danach würdest du vermutlich anfangen, die Geräusche um dich herum wahrzunehmen. Außer du würdest zum Beispiel die Musik bereits hören, noch bevor du den Raum betrittst. Ansonsten zuerst eher visuell. Und genau so solltest du auch die Atmosphäre beschreiben. Zuerst starke visuelle Eindrücke, dann kleinere auditive Merkmale und nur wenn es wirklich wichtig ist, auch andere Sinne. Okay, aber wie genau bringst du jetzt diese Atmosphäre in deinen Text? Das Geheimnis ist, nicht einen allgemeinen und unspezifischen Sinneseindruck zu nennen. Versuche lieber mit vielen kleinen Details diesen zu umschreiben. Schreib nicht einfach, es ist kalt. Damit erzeugst du keinerlei Atmosphäre. Aber wie wirkt sich diese Kälte an diesem Ort aus? Hier kannst du dich komplett kreativ ausleben. Hängen Eiszapfen von der Dachrinne ist schon mal ein guter Anfang. Aber noch besser wäre die warme Atemluft, die sich wie Nebel um die Figur zeichnet und das dumpfe Knarzen des Schnees unter den Stiefeln. Hat das zufällig ein bisschen mehr Atmosphäre bei dir erzeugt, als einfach nur zu sagen, es ist kalt? Versuche möglichst detailverliebt zu sein. Dadurch erreichst du deinen Leser deutlich besser und es macht den größten Unterschied. Aber werde dabei nicht zu abschweifend. In einem Drehbuch wird die Atmosphäre meistens in ein bis drei visuellen und einem auditiven Kernelement beschrieben. Und in einem Exposé, also das, was du jetzt gerade schreibst, sollte sich diese Beschreibung auf maximal einen Satz pro Szene beschränken. Eine besondere Funktion der Atmosphäre kann auch das Hervorrufen von Erinnerungen sein. Zum Beispiel, wenn ein Erwachsener in sein altes Kinderzimmer geht und durch die Spielzeugautos und die Tapete einer Wand an seine Vergangenheit erinnert wird. Sowas überträgt sich dann auch schnell und gerne mal auf den Zuschauer bzw. den Leser. Als letzten Tipp gebe ich dir noch folgendes mit. Versuche eine treffende Wortwahl zu finden. Nutze dabei die kleinen Nuancen in unserer Sprache. Starke Verben und spezifische Substantive sind dabei hundertmal besser, als einfach Adjektive zu verwenden. In meinem Buch 8,5 Schritte Drehbuchschreiben mit Systemen gehe ich da noch deutlich genauer drauf ein. Solltest du also unbedingt mal reinschauen, der Link dazu ist in der Beschreibung. Im nächsten Video schauen wir uns dann die Charakterentwicklung im Exposé an. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder und damit ab zum Outro.